Gino! Wow! So Freunde, willkommen zu Auftritt Nummer 3 hier in den Biedigheim. Wir sind gerade gekommen, haben drüber angeschlossen und bringen hier mein erstes Naturradler. Die Halle ist schon wieder voller Händchen. Meine Sprung sind gestern mal Männerballer. Du gehst, du gehst, du gehst, du gehst, du gehst! Ich bin gerade hier die Wand nach oben gegangen, spielt der Heiko hier oben noch. Und in 25 Minuten bin ich dran. Habige doch was! So, ich bin gleich dran, Freunde. Und weiter! Hallo gut! Ja, hallo gut! L RSKNo Samstagabend, 3 Uhr Feierabend. Samstagabend, 3 Uhr Feierabend. Vielen Dank.